Lohnen sich Leadportale heute überhaupt noch? Was sind die Vor- und Nachteile von Leadportalen und wann macht eigene Werbung Sinn? Genau darum geht es in diesem Video. Viel Spaß dabei! Erstmal herzlich willkommen hier zum Video. Mein Name ist Alex und ich habe den Marvin wieder mitgebracht. Hallo! Oder er mich, wie auch immer. Und wir wollen heute mal über das Thema Leadportale sprechen. Das ist ja so, wenn man jetzt mal in der Vergangenheit... Was ist erstmal ein Leadportal? Fangen wir vielleicht mal so an. Leadportale sind ja erstmal Plattformen, die generieren deutschlandweit Anfragen, überwiegend im Handwerk halt, aber auch in Finanzdienstleistungen und anderen Branchen. Wir sprechen jetzt über das Handwerk, weil da haben wir die meiste Erfahrung drin. Und die sammeln halt Leads und verkaufen diese Leads weiter. Das heißt, die Leads werden im Namen des Leadportals generiert. Also wenn wir jetzt ein Leadportal werden, dann sagen, okay, wir schalten deutschlandweit Werbung für die A und M und die Verbraucher, die sich melden, die verteilen wir dann so ungefähr. Also kein eigener Auftritt mit Firmennamen, Mehrfachvergabe von Leads. Das sind so die Themen, die üblicherweise beim Leadportal dahinterstehen. Ja, man muss sich ganz kurz vielleicht bewusst machen, wie kommen diese Anfragen überhaupt zu den Leadportalen? Da gibt es zwei Möglichkeiten oder zwei Wege in der Regel. Das eine ist natürlich die Markenbekanntheit des Portals an sich. Es gibt große Portale, die im Fernsehen Werbung schalten, die generell sehr, sehr bekannt sind oder die auch sehr, sehr viel Geld ausgeben, um eben im Fernsehen oder in anderen Medien präsent zu sein. Also generell einmal über die Markenbekanntheit des Portals und dann eben auch über Direktmarketing, über Online-Marketing sind diese Werbeportale oder diese Leadportale dann auf beispielsweise Nachrichtenportalen zu sehen. Das kennst du ja vielleicht, wenn so auf den Seiten rechts und links dann irgendwelche Banner eingeblendet werden. Das ist dann in der Regel so eine Online-Werbung und ja, das hat man vielleicht schon mal gesehen. Relativ reißerisch mittlerweile auch diese Werbung, da muss man sagen, aber dazu kommen wir dann vielleicht gleich. Also es ist so vom Geschäftsmodell, dass man einmal versteht, warum die Werbung so reißerisch ist. Das Leadportal macht den Umsatz damit, je mehr Anfragen es verkauft, desto mehr Umsatz ist da, ist logisch. Es macht den Gewinn damit, wenn ich jetzt sehe, was ist der Einkaufspreis von der Anfrage und was ist der Verkaufspreis der Anfrage. Das heißt, ich möchte die Anfrage möglichst teuer verkaufen, möglichst günstig einkaufen. Die Leadportale haben keine Ambition, dass der Kunde wirklich Umsatz damit macht. Klar, wenn die gar keinen Umsatz machen, dann läuft es auch nicht. Aber es ist auch klar, wenn ich fünf Leads verkaufe und Umsatz gemacht wird, dann bin ich schneller an meinen Kapazitätsgrenzen als Unternehmen, als wenn ich zehn Leads kaufen muss. Das heißt, je mehr Leads sie kaufen müssen, um Umsatz zu machen, desto mehr verdient das Leadportal. Und das ist ein Problem tatsächlich, weil das Geschäftsmodell dafür sorgt, dass halt die Anfragen wirklich sehr billig generiert werden. Sowas wie Küchen fast geschenkt, PV-Anlagen fast geschenkt. Sowas ist dann halt eine übliche Werbung, weil die günstig eingekauft werden können und dann auch mehr gekauft werden müssen, weil das natürlich nicht die Topqualität ist. Dadurch hat man natürlich eine Inzentivierung des Leadportals, aus allem irgendwie noch einen Lead sozusagen rauszuquetschen. Das sieht man manchmal auch, dass dann auch so Cross-Promotion nennt man das, also sozusagen auf andere Zweige sozusagen rüberverwiesen wird. Ja, angenommen, stellen dann Interessenten eine Anfrage zum Thema Terrassendächer und bekommen dann hinterher noch eine Mail, ja, haben sie Interesse auch am Thema Haustüren. Ja, das wird aber so einfach eigentlich dem Interessenten gestaltet, dass da alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, als Lead generiert wird. Ja, die Herausforderung, also ich nehme mal vor, bis vor so fünf, sechs, sieben Jahren waren Leadportale auch noch, also wir haben ja 2019 angefangen, das war wirklich das Handwerk groß zu machen. Ja. Und davor waren Leadportale die einzige Quelle, also ich glaube 2016 oder so kamen die ersten Leadportale und das war die einzige Möglichkeit, als Handwerker wirklich Anfragen online zu bekommen, wenn man nicht selber Werbung gemacht hat, was die meisten damals und heute einfach nicht machen, weil es keinen Sinn macht, weil es halt super komplex ist. Also es keinen Sinn macht, es selber zu machen. Und das Ding ist, damals war es auch tatsächlich noch so, dass die Leads, die generiert wurden, die sind wirklich über SEO entstanden, die man eingegeben Terrassen nachkaufen, ist dann da auf das Leadportal gekommen, hat sich eingetragen und da waren dann die Abschlussquoten wirklich 1 zu 5 teilweise. Also gesagt, dass du hast fünf Leads bekommen und eine abgeschlossen. So ist es ungefähr bei Online-Werbung auch, wenn man selber Werbung macht, ne, deswegen, das ist komplett in Ordnung. Die Problematik ist dann auch irgendwann gewesen, die Situation war so, dass die Leadportale dann halt mehr Leute eingestellt haben, mehr Leute vorher zu qualifizieren, aber auch mehr Leads zu generieren und einen relativ großen Wasserkopf aufgebaut haben. Die sind alle sehr stark mit Investorengeldern gestützt, also ich kenne da jetzt gerade keins pauschal, was es irgendwie komplett selber gemacht hätte ohne Investorengelder und sind entsprechend defizitär. Und dann ist die Problematik gekommen, dass jetzt aktuell in der Zeit die Leute unsicher sind, das heißt, weniger Leute suchen, weniger Leute haben Interesse, es gibt faktisch weniger Leads zu verkaufen für die Leadportale und diese wenigen Leads werden teurer generiert oder müssen teurer generiert werden. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten, was die Leadportale machen konnten und das ist gerade das große Problem, was entstanden ist. Möglichkeit 1, die hätten sagen können, okay, wir machen Lead teurer, ne, der Lead kostet uns mehr, dann machen wir ihn hinten auch teurer, damit haben wir immer noch nicht das Problem der Masse, die nicht mehr da ist, gelöst, aber zumindest mal das Problem des Preises gelöst. Das haben die probiert, haben gesagt, okay, Lead, der früher 60 Euro gekostet hat, das ist so ein üblicher Preis, kostet jetzt 90 Euro. Da sind aber sofort richtig viele abgesprungen und die Möglichkeiten gab es auch oder gibt es auch, wenn ich die Preise drastisch erhöhe, dass die Verträge einfach dann auch nichtig sind. Entsprechend, oder dass man ein Sonderkündigungsrecht hat im Regelfall, entsprechend ist es so gewesen, dass die gemerkt haben, okay, das können wir nicht machen, also nehmen wir den anderen Weg, wir müssen mehr aus den Leads rausholen, ohne dass sie aber mehr kosten für den Kunden. Was haben die gemacht? Die haben sie mehr verkauft wieder. Das heißt, jetzt ist es nicht mehr üblich, dass man sagt, es wird dann drei weitergegeben, es waren früher eh nie drei, weil die Person hat sich gemeldet bei einem Portal, hat sich noch bei einem anderen gemeldet. Das heißt, da waren trotzdem immer fünf Angebote im Regelfall oder sechs Angebote draußen. Nichtsdestotrotz, jetzt sind es mittlerweile fünf bis zehn, an die ein einziges Portal verkauft. Weil sonst könnten die, wenn die sagen, okay, wir haben früher für den Lead 180 Euro bekommen, dreimal verkauft, 60 Euro Preis und wir haben von mir aus 100 Euro für die Generierung gebraucht. Jetzt gibt es weniger Leads, jetzt brauchen wir schon 150 für die Generierung, wir können nicht mehr für 180 verkaufen. Dazu gibt es weniger Leads, die wir insgesamt verkaufen können, das heißt, wir haben faktisch gesehen ein Problem und dann sind jetzt halt bei 300 bis 600 Euro gelandet. Und das Problem ist jetzt, das merken die Handwerker aber erst langsam, das ist auch der Punkt, weshalb die Leadportale überhaupt so lange gerade noch durchhalten, dass die Abschlussquote extrem runtergeht. Das ist logisch, wenn ich zehn Angebote vorliegen habe, allein von einem Leadportal, wenn ich noch bei zwei anderen gemeldet habe, dann habe ich 15, 20 Angebote. Die Abschlussquote kann nicht besser sein als 5 Prozent am Ende. Und das ist auch das, wo es hingeht gerade, von 20 zu 5 Prozent. Und das kann sich für den Handwerker nicht mehr rechnen, an einem schlimmen Punkt. Ja, du kommst dadurch halt in eine extreme Vergleichbarkeit. Du kannst dich kaum noch absetzen, weil der Kunde natürlich nur dann am Ende die Preise vergleicht, beziehungsweise du viele Kunden bekommst. Die darauf aus sind, die Preise zu vergleichen über so ein Vergleichsportal. Das ist halt deren Verkaufs- oder deren Anreiz sozusagen, dass sie sagen, ja, such dir das beste Angebot raus. Und viele Endkunden, die gehen dann natürlich nach dem Preis. Ja, jetzt gibt es aber auch noch eine, also es gibt bestimmte Szenarien, in denen Leadportale tatsächlich für dich auch Sinn machen können. Wenn du dir jetzt einfach das vorstellst, okay, du generierst oder du kriegst ein Lead für 60 Euro, der hat an sich auch ein Kaufinteresse. Der wird aber tendenziell, kriegt er sehr viele Angebote, das heißt, der wird wahrscheinlich beim Billigsten kaufen. Wenn du jetzt sagst, okay, du bist in deiner Region ein Unternehmen, was wirklich sehr günstig das Ganze machen kann, was es sehr billig anbietet, was auch im Preisvergleich mit drei, vier anderen eigentlich immer besser dasteht. Dann können Leadportale sehr viel Sinn für dich machen. Weil die haben tatsächlich sehr wenig Fixkosten, du hast einfach nur die Leads, die du bezahlst, dann kriegst du diese Leads und wenn du der günstigste bist, dann wirst du den Auftrag auch bekommen, weil die Leute werden irgendwo kaufen. Nur sobald du halt im mittleren oder hohen Preissegment bist, sind die meisten unsere Partner, deswegen sind sie auch unsere Partner, dann macht es halt keinen Sinn mehr. Aber wenn du sagst, okay, du hast wirklich günstige Produkte, du kannst die billig einkaufen, du kannst die billig montieren, dann ist das super, dann kannst du mit Leadportland richtig gutes Geld machen. Das andere Szenario muss man auch sagen, jetzt ist natürlich eine ganz schwierige Situation, wie kann ich jetzt Leadportale funktionieren für mich als Mittelpreis nicht mehr. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es in Deutschland immer noch eine starke Tendenz gibt und das ist, dass Leute sich zu regionalen Anbietern hingezogen fühlen. Bedeutet, wenn wir jetzt Leads für Partner generieren, obwohl wir natürlich pro einzelne Partnerkampagne nicht so viel Budget haben, wie ein Leadportal hat, ist logisch, die Partnerkampagnen liegen dann bei 500, 600, 700 Euro im Monat vielleicht am Budget, kann man trotzdem Leads günstiger generieren, als du sie einkaufst. Also ein einfaches Beispiel zum PV-Bereich, da kriegt man gar keine Leads mehr, weil die so oft schon weiterverkauft werden, trotzdem so viele Leute anfragen, dass einfach nichts da ist. Da würde ein Lead aber 60 Euro ungefähr kosten, je nach Anbieter 40 bis 80 ungefähr, 60 im Schnitt. Und ein Lead wird gerade bei uns im Durchschnitt für irgendwas um die 40 Euro generiert, der ist exklusiv. So, wie kann das sein? Das kann sein, indem man einfach sagt, okay, ich habe meine Region, das Unternehmen ist in der Region verankert, das heißt, der Endkunde sieht, das ist ein regionales Unternehmen und der vertraut dem regionalen Unternehmen. Da sagt, ich melde mich bei denen, das ist natürlich Marketing, was auf das eigene Unternehmensnamen einzahlt, nicht über ein Leadportal, wo ich nur ein Lead kaufe und im Endeffekt das Unternehmen, also das Leadportal nur bekannter wird und ich gar nicht als Unternehmen. Und dadurch habe ich die Möglichkeit, aber trotzdem die Leute günstiger abzuholen. Weil die haben halt dann nicht diesen Vergleich, wo die sagen, ja, okay, jetzt kriege ich hier von fünf Leuten ein Angebot und sie sagen, okay, cool, den habe ich schon mal gesehen, da habe ich schon mal einen Wagen von gesehen, stimmt. Stimmt, die sitzen ja da und da. Jetzt sind die auch online, ach cool, okay, ich melde mich mal bei denen. Und dann hat man plötzlich einen Leadpreis von 40 Euro. Und das ist dann so ein Thema, wo man sagen kann, okay, das macht Sinn, weil das ist ein exklusiver Lead, der ist für das Unternehmen und der bringt direkt noch Markenbekanntheit mit. Ja, das ist halt der größte Punkt meiner Meinung nach, den man sich bewusst machen muss, ist, dass das Geld, was du in ein Leadportal investierst, dass das die Marke des Leadportals stärker macht. Und das Geld, was du sozusagen in eigene Werbung investierst, in deine eigene Marke, auf dein eigenes Unternehmen einzahlt. Ja, das heißt, wenn ich im Jahr irgendwie 10.000 Euro, 20.000 Euro irgendwie in Werbekosten ausgebe, dann kann ich mir überlegen, möchte ich das dem großen Konzern sozusagen in Rachen werfen und damit ein gewisses Ergebnis erzielen? Oder möchte ich ein sogar noch besseres Ergebnis erzielen und damit auch noch meine Marke in der Region bekannter machen, im eigenen Unternehmen nach außen treten? Und ja, die Entscheidung liegt meistens nahe. Ja, klar. Außer, wie gesagt, du bist der günstigste. Wenn du der günstigste in der Region bist, dann macht ein Leadportal definitiv Sinn, weil das dann eh nicht auf Branding ankommt, dann kommt es auf den Preis an. Und dann musst du auch keine eigene Werbung machen, weil klar, die kostet initial mal ein bisschen mehr als jetzt ein Leadportal, das ist auch logisch. Hat langfristig günstere Kosten, aber du fährst, wenn du jetzt sehr günstig bist, mit dem Leadportal wahrscheinlich auch langfristig besser, weil da geht es einfach im Preisvergleich. Dann bist du von den 10 Angeboten der günstigste und dann kriegst du es halt auch. Aber wie gesagt, die Unternehmen sind nicht unsere Partner, die gibt es auch und die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Das macht auch Sinn, wenn man das so macht, sicherlich für einen. Unsere Partner sind die, die halt wirklich mittel- bis hochpreisig sind, das individuell machen, Familienbetriebe sind. Und für die macht halt eigene Werbung durchaus viel mehr Sinn, ist viel unabhängiger und kann auch in der jetzigen Zeit noch gut Anfragen generieren. Und für dich vielleicht ein kleines Angebot, wenn du sagst, hey, du hast da Interesse dran, mal mehr darüber zu erfahren. Wir haben eine kostenfreie Marketing-Schablone. Da kannst du dir genau mal anschauen, wie funktioniert eigene Werbung. Also wie sieht das wirklich aus in der Realität? Das sind wirklich Beispielbilder zu den 10 größten Branchen. Da hast du dann Küchen drin, Terrasse, Lecher, Solar, Wärmepumpen, Gartenbau. Also alle 10 großen Branchen sind da. Das heißt, dein Produkt ist so 99,9% da vertreten oder Produkt, die du auch verkaufst. Und da kannst du dir wirklich mal angucken, wie sehen reale, eigene Werbeanzeigen aus, die wirklich so in der Realität gerade in der Region von Deutschland funktionieren und exklusive Anfragen generieren. Das kannst du dir komplett kostenfrei runterladen. Einfach hier unter dem Video einmal gucken oder auf unserer Homepage www.ein-bar.de. Da findest du auch die Ressourcen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit. Und ja, lass schauen, dass wir, wenn du Bock hast, deine Marke weiter fahren bringen. Bis dann. Ciao.